Oh... ...ich er sucht gerade. Was weiß jetzt mit meinem Namen? Heyhoooo. Herzlich willkommen mein Name, dann herr. Mein Name ist Doktor Kern. Hallo und wir begrüße euch wieder zu einer weiteren Folge von WalkOrtime. Heute ist wieder mit dabei, Misi. Ja hallo Leute, ich hoffe es geht besser als mir Abfluss soll es nicht gehabt, naja ich noch mit Abfluss, sondern ich habe dann Noten bekommen und ich habe sehr viele 3er bekommen Note 3, ja nicht sehr gut, halt ein bisschen deutsch Ja, aber es ist nicht Ich muss noch ein bisschen nachholen noch, die durch Matematik und dann noch Ich muss ja noch als Beruf Tüchler mitwerben und deswegen, ja Welchen Pantor haben wir denn heute? Wollen wir heute mal anfangen? Oh ja, ich muss den ausrichten So, ausrichten Bereit Wenn wir halt die ganz kleinen Panther mal Ich hab nicht mehr die, ich hab den 1 Panther, ich hab auch einen in Spanien Warte, ich sag mal bei dir nach was du denn hast Aber eh, 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 eh Oh ja, du hattest noch einen, der hat den eh Du hast ihn wohl übersehen, ja Ach du, du willst auch den, ok Du hast eh ja wohl eine Stufe 1 noch, den Panther Ja Ok, egal Ja genau, ich bin der schlechte Panther überhaupt, kann man sagen Nein Nein Elf sind nicht gut, meine Aha, bei der anderen, äh, Manz, da ist auch eine, äh, Online-Gruppe dabei Die klasse jetzt unten Ja Ja 4, 3, 2, 1 Go in it Komm runter Ja Guck nach vorne, Mann Nicht nach hinten schauen Die, der kleine Panther Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin heute auch wieder, ich bin heute wieder am zu zu Ja Ja Und heute kommt die jetzt Der Leute sind ja viele Anfänger dabei, bin ich sicher Am meisten, äh, die, am meisten, die, 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 die Duffelpanther haben, die ja viele Anfänger Hä? Wo sind die, wo sind die, wo sind die Rosen drauf? Ich sehe überhaupt keine, noch eine Messe Ah, da hinten Äh, hinter die, äh, wieder hier, hier Ja, ich sehe den jetzt Du, ich weiß, der Wo ist mein Turren? Wow, ich hab nur einen... Scheiße, ich hab hier eine blöde Spieleinblendung da unten Konnte nachladen Ich bin tot Ich bin tot Warte, du bist tot Scheiße Scheiße, ich werde da hinten angeballert Von allen Schalten Ah, nein, ich hab keine Schade Ich hab keine Schade Ich hab keine Schade Ich hab keine Schade, Alter Ich fahr, eh, ich fahr eh Nein, nein, nein Nein Neee, von wo? Offenbärt, na super Was für ein Superstart Ach nee, hätte man bei den Truppen bleiben sollen Ein bisschen irgendwie von der Truppe entzern Da halt eh einmal eine Folge immer Wie meint von einer Truppe entzernen? Halt du heute Ja Könnt noch super In welcher Folge war ich denn nochmal? Ich glaub, Folge 7 oder so Wow Ich hab den... Was? Ja Ja Wollen wir... Wollen wir drücken in die Karate? Oder... Ja Ja, drücken die Karate Zurück in die Karate Das macht keinen Spaß, du schon jetzt Nee Nee Ich denke nicht Nee Wir haben nur einen kleinen Anfang Wir waren gleich die ersten Toten Mann Kann passieren Ja War unterfühler halt Okay Du meinst den Panther Okay Dann mein halt Oh ja Begeben Panther Ich mein halt ähm Ah ja genau Ich wollte eine Maschinen gewährlein bauen Achso, der hat ja eine Maschinen gewähr genommen Ich muss ein bisschen wenig umbauen Der hat auch mit Maschinen gewähr genommen Gut dann mein Mit den der Ja Ich erinnere mich wie gestern von wieder Gestern hab ich da auch mit dem deutschen Band schon mal einen Blue Im Kleifen Ah, die Map Die, die Map zum Leben mal Warte, warte ich nochmal Die... Haken? Ach du, Hakenbuch, genau Mit dem Regenbogen, genau Da hab ich einmal bei einer Folge gesagt Oh, Regenbogen Ja Ja Ah ja, ich seh hinter mir Hinter mir Hinter mir ist der Regenbogen Ja Gehenbogen Ja Richtig cool gemacht Ja Richtig cool gemacht Ja Ich hab auch heute eine Nachricht bekommen Von dem äh Machra von äh Von äh Warter Film Die Machra, die haben auch ein bisschen was äh Neue Update Inputs Von die äh Neue Webmaps Und ja Auch neue Panther Genau Bald kommt der Valentinstadt Bei uns in Europa Ich weiß nur, ob bei dir auch den Valentinstab sieht Ja Da Ja Heute war's eine Werbung für den Panzer Da gibt's äh Da gibt's äh Die Panzer zu kaufen Die kosten 17 Euro Für einen Panzer zu kaufen Und äh Liebe Liebe aufm ersten Glück Äh Wo fährt mich hin, bitte Sind's eh alle da? Ja, einer fährt immer bei mir Baba Bin ich der Erste hier? Der Vater war bereit Da war bereit Wo, 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 wo bist du? Wo bist du? Ach der war dahinter mir Gut Wo sind die alle? Ähm Wo wollen wir hinfahren? Ähm Wo wollen wir hinfahren? Das sind die Ringe Ja, einfach Ich fähre hinter dem, äh Der dritte Tufel hat Oh, der ist hinten auch Oh, 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 der hat drüben Ich fähre hinter uns jetzt Wo bist du? Also da hinten, ja Oh, das war ganz knapp bei mir so weit Ja, komm, drei Panther an, das war Deiner Freundin weg Alter, mein Panther Lärm rückwärts auf einem Oh Gott Oh Gott Warte Ich krieg dir ein bisschen Risch, äh Schutt, Konten Wir, wegen dem Internet Wundere sind die Oh, ich hab so gut Oh, das stimmt auch Namen sehen und ich hab richtig viel Schaden gemacht bei einem Panther Okay, oh Gott Ja, Dante, dass du mit dem Weg blockierst, du, du, kleiner, keine Ahnung, keine Ahnung, wie der halt, warte, muss der Name bleiben, wie der Player, 6.000, keine Ahnung, was der Zählung mehr hat, ich werde auf jeden Fall, ich werde stanken, super, Dante, ah, du bist eh hinter mir. Das reicht nicht schraufig, eigentlich. Wow, neun in acht, ich leben noch. Ja, da oben reicht die Schwache, es ist eine, du bist. Das wird auch passen, manchmal beim Flut kannst du manchmal ertrinken, aber ich bin einmal ertrunken, das war, ja, nach der Aufnahme später am Abend, da halt noch ein bisschen rumgezogen, da halt, oh Gott, ich bin kurz davor ertrinken, ja, und dann bin ich tot gewesen, ich habe mich einmal ertrinken lassen. Kann auch passieren, dass man, äh, so dumm geht und, äh, in Wester fährt, um nicht mehr rauszukommen. Ja, das wird ja jetzt wahrscheinlich wieder in der Niederlage werden. Oh je, von oben kommen jetzt alle, ja, der, 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 der T-28 kommt runter. Oh je, das war super, das sind nur noch zwei überlebende Druckmulde-Iner. Oh je, das war super. Oh je, das war super, das sind nur noch zwei überlebende Druckmulde-Iner. Aha, der eine hat eine Mauerzeit und der andere, der drohte T-28 steht. Was ist das nochmal, der T-28, ein Rusche oder ein Deutscher, bin ich mir sicher. Ja, ein Ruschen. Ja. Ja, genau, diese Ruschen, ich habe heute Nacht geschaut. Der soll auf jeden Fall sehr gute Panzer rum haben, nur der Stamm-Team langsam, aber er hat eine gute Kanone drauf. Der kommt rein. Ja, der hat 500 Leben, das ist eine Menge. Der ist nicht so stark gepackt, aber der ist okay. Der ist der letzte Überlebende. Der hat nicht so sehr gute Kanone an der hier. Ja. Der ist die ganz andere. Ja. Oh, 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 das ist nicht gut. Nee, wir haben keine Sorte. Wir haben nur einen Flach gemacht und wir sind noch, äh, hier ein Leben noch, sechs Leute sind in deinem Leben davon. Du kommst jetzt von allen selber, 100%. Oh, der hat einen Flach gemacht. Und der ist selber tot. Bravo. Draculiere ich dir. Und was wird gerückt? Ich habe ca. 100... Ich habe ca. 100 Kohle gedrückt und... Ich habe 5.000. 5.000. 5.000. Ich habe, äh, 5, äh, 75 Staten gemacht bei einem Panzer. Ja. Ja. Ah, der andere Panther hat auch zurückgekommen. Ich habe 51 Staten gemacht bei dem und dann ca. 100, äh, Kohle gedrückt. Bei dem, äh, Anfeiner Panther meine ich. Bei den Allerfen. Und wie viele... Drachen... Dreieinhalter bekommen. Ah, sind viel. Ein bisschen. Es sind noch 8 Tage Salz bei mir. 8 Tage bitte, äh, die der, äh, Modus-Frei-Steifen. Ich glaube für den unteren Panzer, äh, Freizeifen, dem, äh, äh, Ballard, äh, Reset. Die der... Panther, der die Kanonen drin kann. Oder doch, kann der die Kanone drin dabei? Warte, ich muss noch mal anschauen. Ja, das können die beide. Ah, ja, der kann... Da kann... Oder? Ja, der kann die Kanone drin. Ja, sieht man. Voll cool. Das eine ist die erste Panther von der Wien, das andere ist ein schwerer Panther von der Wien, ja. Mhm. Ist cooler Panther. Mit dem Drachen drauf und sich richtig geil gemacht. Ja. Da haben die Leute richtig coole Ideen einfach lassen. Mhm. Gut. Der andere braucht man sehr viele... Modus zum Freizeiten. Ja. Ja. Der andere ist sehr teuer. Ja, sehr teuer. Ja, halt nur den unteren Freizeiten können. Und 8 Tage Salz. Das heißt, ich wäre, äh, äh, Ah ja, ich habe jetzt nicht die Woche nur Serien. Das heißt, ich habe den letzten Tag Zeit, um World of Tents zu spielen, äh, freizustalten. Pfff. Ja. Und auch damit, ich habe auch sehr viel Zeit zum Video machen und Video Profilmen. Ihr könnt euch ein paar neue Spiele vorstellen. Von 101.be oder... Ja. So in der Art. Ja. Okay, wollen wir schnell rausfahren? Auf dem Hügel? Ja, genau. Auf dem Hügel. Ja, die... hier link... äh, link, äh, neben uns. Da halte ich einen in meinem guten Ebersicht. War's recht, Dieter? Ne, ne. Ich war nicht davon, dass es hier geht. Ach so. Ich schieße auch... Ich schieße auch... Okay, ich schieße auch denn oben vom Bärdort. Aber du kannst dir auch, äh, in das liegen. Ja. Aber meistens bin ich oben am Bärd. Oh, da ist einer in der Nähe von mir, denn kann ich wieche abfahren. um gut zu gut in der Zeit wo bist du? passt gut auf dich auf da hinten ist hier drei Haufen vor dir oh Volltreffer Alter, ich habe einen Volltreffer gemacht bei ihm ich habe 300 Sekunden das dann nicht getroffen hinter Volltreffer, ich habe 46 Minuten vor ihm gemacht die hinten, da hinein, pass auf ach, soll ich hinter dir dabei fahren Aua oh Gott, ich habe nur noch 41 Sekunden, wieso das? äh, oh nein, wir sind die Löchsten oder? nein, ich bin der Löchste waaat, das ist unser ich habe keinen zu täter super ach, denn ich habe den Panzer, der momentan keine Maschinen, die wer drin hat wie blöd bin ich ach nee heute haben wir wirklich keinen guten guten Start und wieso ne überhaupt nicht ne der Löchste fand ich ja naja ah nee haben heute ihn beumklebt oder ich heute ein Fightertat bin ich sicher ach Gott traut uns voll Nebel bei mir trauten oh, hey, ich habe nicht nur 14.000 verloren nicht nur 14.000 Kohle also ja, hier die 1.000 Halt ah, nee das geht rein bei Themaanlage voll, okay heute wieder raus und hier, wenn es nicht die Themaanlage ist hm ist sehr praktisch, dass die die Kinderanlage auch gemacht hat ja, also also heute haben wir bei heute haben wir bei einem Auto von mir ein Dach auf dem Hof durchgebaut also die Dach, Blech weil Blech bleibt ah, okay gut dann nachher auch so gut so gut hm ja, den kannst du machen hm ja machen wir weiter ja, ja, ja ja, ja ja, ja dann kann ich Land mal ändern in diesem Moment oh man ich habe den jetzt schon so viel Kohle, dass ich dann einen Panther, der dritte Stufe nehmen kann und ich muss dann die kleinen Panther loswerben zum Beispiel der russische Panther hat die Stufe und dann noch einen Panther, einen deutschen Panther, die... ah ja die kleinen kannst du einfach so verkaufen ja, ich kann die da kaufen, einfach die eine zweite Stufe haben ich habe eh schon sehr viele Stufen schon außer ich habe nur noch einen Platz frei ja ich bin ein einziger Stufe von Panzer, den ich habe mit dem Schoffball verbrauchen und dann... mhm 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 ja 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 schick oh man hast du schon mal auf die Panther geschlossen und ich bin hier nicht mehr gegensteu? ja ja halt mal macht damals ja oh Gott Entschuldigung ich habe dich wirklich schufen ah du hinten eine warte ich will hier nicht sofort draufgehen ich will haben wir getroffen einmal Okay gib du da hat er den Barsch warte auf ich gebe dir... Konto... ich mach los zu haben bei dem Aua vom hoch hinten vom hoch Aua vom... dann wieder ich war von allen Räten an dabei aber nur kürte nicht Volltreffer Aua von wo? Hallo? Ich seh die nicht! Ich seh die nicht! Die ist einfach Milchbarber hier Ah da ist da hinten bei der Welt Aua! Da hinten der hat nur noch 5% Wirkungskraft Ich brauche sehr viel Geld Ich hab nur noch 3... 37 Das ist perfekt Ich kann nicht von hinten kommen Ich komm von allen Schäfen mann Ich hab keine Schuld Bleib einfach ganz hinter dem Häuschen Ich bleib eh den Ich bleib eh den Ich bleib eh den Da unten Mach mal den, der dich Ich bin drauf auf den Ich bin drauf auf den Ich hab drauf Ich hab drauf Ich bin drauf Nö Das war bei anderen Oh Gott, hinter uns kommt einer, der, äh, keine Ahnung wieder heilt, er kommt auf mich zu, er kommt auf mich zu, zeigt er, zeigt er, er kommt auf mich zu, er weiß es, nein, ich bin drauf stehen, nein, oh je, wir sind gut drauf. Pardon, Mann. Zeiss, ja, aber auch, von, von allen Seiten muss man hinten, hinten dran fahren, einfach nur, die soll in Döcken bleiben. Ja, ich fahre dann nicht ins Fahrzeug. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ich hab, äh, drei Enchieb, die Bosse, und den bleib hinter den Haut. Oh Gott, oh, pfff, ahhhhhh. Fahrzeug zerstört. Na, das ist alles. Nein. Wolltest du eigentlich hinter den Container fahren, Alter? Ich bin tot. Scheiße. Du, wenn du jetzt meine Ausnahme siehst, ich bin komplett ausgerastet. Ich wollte gerade mit dir hin und sagen, wirklich. Aber ich hab wieder gelassen, ich tu das sowas nicht. Wo bist du, wo bist du gestorben? Ich will deinen Haufen nicht. Super, ich hab's verloren. So, du, Mann, was ist heute los? Heute ist, heute ist nicht untertags. Entweder haben wir die flächten Panter, oder die flächten Kanonen, oder, was weiß ich, bitte. Oder die flächten Kuhn. Okay, probier mir mit dir, weil, ah, es warnt dich. Es läuten dann, neunze Minuten noch, auch noch mittels, es läuten dann, noch noch noch. Hoppla. Halt ein bisschen, äh, den Ton wird gedrückt. Puh. Okay. Die Gegner hat meinen, einigermaßen leichter zu, äh, Ja. Du bist da vorne, super. Dante, ich bin der letzte der Einzige hinter dir. Dante. Danke. Danke schön, liebe Leute. Danke. Gehen wir los! Kann man auch draufhöhnen. Ja, ich komm' mir hin. Ich ja, und ich guck die, du, du du, 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 du. Aha, da dritt einer, so ein, äh, ein Luk, wieder, kleine, da sind zwei Luk. Bei Luke, meint er... Das sind deutsche Panzer. Ja, deutsche, weiß ich. Nein. Die sind sehr, sehr schnell, die Panzer. Die finalen die auch. Ja, Luke. Alter, die hauen nun ab. Oh, oh, das kommt von hinten auch noch. Super, der... Die Anrufe. Wir haben sie! Wir haben sie! Ja, ich soll da ein bisschen Rückzug... Ich werde ein Rückzug gerade an. Rise, motherfucker! Ich werde nicht mehr nach... Hilfe! 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 Hilfe, hier der Fall gerade, von dem Dünem Panther. Nein, wie ist es? Ich bin eingeklemmt, Hilfe! Hilfe, ich bin eingeklemmt, Mann, schau mal her! Oh je, du kannst du... Ich bin eingeklemmt, Mann, komm weg! Ich bin eingeklemmt, Mann, komm weg! Mh, da, endlich! Ich kann mich wenden, endlich! Mh, ich henne, ich henne wirklich selbst an einen Panther. Oh, 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 oh! Ah, ja, da, da, da oben! Oh, 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 oh! Ah, ja! Oh, ich brenne, ich brenne! Feuerlöcher! Zeit, ich hab kein Leben! Konzentrier die Kanone! Nein! Die Kanone war zu lang, dann. Och, ne... Ich hätte ihn zerwischen können. Der hat nur noch 21 Leben gehabt, ich hätte ihn einmal zerwischen können. Ja, ich hab auch vorbeigeschaffen, ich wollte auch das fliegen drücken, aber irgendwie hab ich noch nicht gehört. Und bei mir war das Problem, dass wieder ein Panzer, der mit der kurzen Kanone an eine Mauer drückt hat und konnte mich nicht zu freien. Ja. Ja, ein letzter Mann. Das darf uns wahr sein. Alter, ich werde hinbreiten, die schlechteste Folge überhaupt. Ja, das kann man wohl sagen. Miserabel. Hm. Oh, ich hab dann 22 Minuten. Wollen wir dann Schluss machen? Ja, eigentlich soll ich keine lange Folgen machen. Wir sind ja lieben nur dann, das ist ja so blöd. Oder wir machen noch eine Folge, weil wir haben dann mehr Glück. Eine was? Noch eine Folge und dann ziehen wir uns einfach lachen. Okay, dann machen wir noch eine Runde, klar. Okay, welchen? Nein, die Folge einmal beenden und dann eine neue anfangen. Ach so, ja. Okay, ja, kann man machen. Damit wir eine bessere Folge hochladen können. Ja, kann man machen. Auf jeden Fall, liebe Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ihr euch eine Bewerbung da. Wenn euch nicht gefallen, könnt ihr euch an den Daumen runter schieben. Wenn ihr nicht gestorben sind. Und wenn ihr wollt, dass ihr nicht einmal bessere Geschäfte haben, dann gebt auf jeden Fall an den Daumen hoch. Halt euch die Daumen dafür, wir gewinnen. Oder glaub an uns, dann könnt ihr auch gleich gewinnen. Und ja, hier, der Link daneben ist unser Abo-Backen. Da könnt ihr auch mit sie abonnieren. Oder einfach nur dabei schauen bei deinem Kanal. Bei dir ist überhaupt kein Star, bei dir ist nur leer. Aber dein Kanal ist auch schon eingeblendet. Ja. Ich hab keine Liebe. Ich weiß. Riebt mein Abo-Backen und hier oben ist meine Playlist. Ich hoffe, die Leute, die ich heute gefallen, aussehen. Ciao. Ciao.